Heute gucken wir uns mal eine der spannendsten CSS-Funktionen an, die ich bisher gesehen habe. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute gerichtet sich alles um CSS. Wir werden natürlich ein bisschen HTML brauchen, aber sonst ist alles CSS bzw. in diesem Kontext Sass. Wir gucken uns nämlich die Clamp-Funktion an. Das Ganze ist extrem praktisch und wofür man sie nutzen kann, werde ich euch gleich zeigen an einigen Beispielen. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme oder das habt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zur Discord. Dort könnt ihr der Community Join Fragen stellen, Fragen beantworten, euch über CSS austauschen. Und ansonsten, ja, legen wir jetzt los. Viel Spaß. Auf geht's! So und los geht's mit dem heutigen Video. Wir gucken uns heute eine Funktion aus einem Feature des Working Draft CSS Values and Units Modules Level 4 an. Dieser Working Draft ist vom 16. Dezember letzten Jahres, also noch sehr, sehr frisch. Und wir werden diesen Working Draft auch in einigen zukünftigen Videos noch behandeln, weil hier sind wirklich viele interessante neue Sachen drin. Wir gucken uns aber heute nicht das gesamte Ding an, weil wenn man hier mal runterscrollt, seht ihr, ihr habt einige Seiten zu lesen, wenn ihr das durcharbeiten wollt. Wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung. Wir gucken uns aber in zukünftigen Videos noch einige Features hier aus an. Ansonsten, heute geht es eigentlich nur um die sogenannten Comparison Functions und hier eigentlich nur um die Clamp-Funktion. Zu Min und Max habe ich auch schon ein Video gemacht. Das wird in Zukunft auch noch online kommen. Das dauert aber noch etwas. Ansonsten, wenn ihr ein bisschen bessere Erklärungen haben wollt als das, was hier steht, empfehle ich auch die Mozilla-Seite, die ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Jedoch weiß ich nicht, ob man es überhaupt braucht, weil wir gehen gleich noch deutlich tiefer auf die Theorie ein. Aber als erstes sollten wir uns angucken, ob man das schon nutzen kann oder ob wir noch Kompatibilitätsprobleme zwischen verschiedenen Browsern haben. Und dazu suchen wir mal Can I Use. So, dann gucken wir uns doch mal die Ergebnisse zu Can I Use an und unserer Clamp-Funktion. Der Link hierzu ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Allerdings wurde ich in der Vergangenheit häufiger gefragt, wie ich eigentlich auf Basis dieser Daten Entscheidungen treffe. Und das Ganze ist relativ einfach erklärt. Als erstes gucke ich mir diese grüne Zahl hier oben an. Und das ist die Anzahl der weltweiten Nutzer, die dieses Tool nutzen können, ohne dass ich als Entwickler irgendetwas machen muss. Das sind 90,41%. Diese 1,04% sind Test- oder Experimental Support. Da sieht man hier, das sind diese beiden Safari-Versionen, einmal die 11.1 bis 13 und auf iOS 11.3 bis 13. Diese beiden Versionen sind quasi nur unter den Experimental Features und damit nicht wirklich nutzbar. Also kann man eigentlich nur diese Zahl hier vorne wirklich als sicher interpretieren. 90,41% klingt jetzt erstmal nach einer großen Zahl. Wenn man aber von zum Beispiel einer Million aktiver Nutzer pro Monat ausgeht, kann man davon ausgehen, dass 100.000 dieser Benutzer Probleme mit eurer Seite haben, was bei einem Online-Shop, einem Online-Tool zu enormen Problemen führen wird und natürlich auch zu einer Menge an negativen Bewertungen. Daher sollte man hier auf eine zweite Größe achten. Diese zweite Größe ist, für welche Browser ihr eigentlich entwickelt. Habt ihr zum Beispiel in einem Vertrag stehen oder in der Firma definiert, dass ihr nur für Firefox und Chrome entwickelt und hier auch nur für die Versionen 96 und 97, dann sehen wir hier, diese beiden sind grün und wir haben 100% Support. Wir können also die Clamp-Funktion ohne weiteres nutzen. Wenn ihr aber zum Beispiel durch den Kunden als Auflage habt, ihr müsst den Internet Explorer 11 supporten, dann sehen wir hier in der Seite traurigerweise das Schlusslicht und sehen, hm, kein Support, wir können es also nicht nutzen, auch wenn hier oben 90,41% der Nutzer die Clamp-Funktion eigentlich nutzen können. Deswegen ist diese Entscheidung, ob ihr ein Feature nutzen könnt oder nicht mit Can I Use, eine sehr projektabhängige Entscheidung und kann euch nicht abgenommen werden. Außer hier oben steht 100%, dann könnt ihr es, denke ich, ziemlich ohne Probleme nutzen. Ansonsten müsst ihr abwägen, ob ihr Nutzer auf der Strecke lasst, ob ihr ein Fallback baut oder ob ihr komplett drauf verzichtet, wenn zum Beispiel wie im Internet Explorer der Support komplett nicht gewährleistet ist. So, bevor wir uns gleich einige Code-Beispiele angucken, müssen wir erstmal überlegen, wofür die Clamp-Funktion eigentlich gedacht ist. Grundsätzlich ist die Definierung oder die Erklärung dieser Funktion relativ einfach, und zwar the Clamp CSS Function clams a value between an upper and lower bound. Das bedeutet, wir haben eine Funktion, die erwartet einen minimalen Wert, einen dynamischen Mittelwert und eine maximale Grenze. Wir können diesen drei Werten jede Art von Data Type geben. Also ihr könnt hier sagen, Pixel, RAM, ViewWiz, Prozent, was auch immer euch einfällt, ihr könnt das hier einsetzen. Wir haben also keine großen Einschränkungen, was das angeht, und das bedeutet, dass wir zum Beispiel sagen können, wir haben eine minimale Grenze von 2 RAM, eine maximale Grenze von 5 RAM und einen dynamischen Teil von 15 ViewWiz, was heißt eine Größe auf den Viewport des Browsers. Damit haben wir einen dynamischen Mittelteil, der aber niemals größer als 5 RAM wird und nicht kleiner wird als 2 RAM. Warum das Ganze so praktisch ist und warum es euch bei Fluid oder Responsive Designs jede Menge Media Query Code spart, seht ihr gleich in dem praktischen Beispiel, aber um das ein bisschen besser zu veranschaulichen, kann man das sich so vorstellen wie, wir haben einen Gesamtraum, was uns die Clamp-Funktion zurückgibt, ein kleiner Teil davon ist die minimale Grenze. Alles, was kleiner ist, quasi als 2 RAM, gibt uns 2 RAM zurück. Dann haben wir einen unendlich großen Mittelraum, der uns quasi alles returnt, bis wir 5 RAM erreichen. Und so kann man sich das Ganze vorstellen, wir haben quasi einfach eine minimale Grenze, eine maximale Grenze und alles, was dazwischen liegt. Aber genug Theorie, ich denke, jetzt wird es Zeit, mal ein paar praktische Beispiele zu entdecken und warum das Ganze einem so viel Code spart bei Media Queries. So, dann gucken wir uns mal an, was wir eigentlich mit der Clamp-Funktion machen können. Als erstes brauchen wir auch etwas, was wir gestalten können. Dafür erstelle ich mir jetzt eine H1 und sage hier einfach Headline. Wenn ich das Ganze abspeiche, passiert hier erstmal nicht viel. Man sieht jetzt ganz, ganz, ganz schwach, dass hier Headline steht. Deswegen sollten wir hier jetzt als erstes einfach mal eine H1 definieren in unserer SAS und sagen, wir machen das Ganze weiß. In dem Moment haben wir hier eine weiße Überschrift und das ist schon der erste Step. Grundsätzlich, wenn ich jetzt diese Überschrift eine Schriftgröße geben möchte, eine dynamische beispielsweise, kann ich sagen, Font Size und hier sage ich 15 Viewers. Also eine relative Größe zu unserer Gesamtbreite unserer Seite. Wenn ich jetzt hier das kleiner mache oder größer mache, seht ihr, es wird größer oder kleiner und man hat diesen schönen Fluid-Faktor, den alle bei Responsive-Seiten sich so gerne wünschen. Man hat aber auch ein Problem, nämlich wenn ich immer kleiner werde, wird das irgendwann ganz schön winzig und das ist natürlich nicht gut, weil dann kann man das irgendwann nicht mehr lesen. Gleichzeitig, umso größer ich werde, umso größer wird das ganze Ding und umso größer wird auch die Schrift, was vielleicht auch nicht das Ziel ist. Natürlich kann man das Ganze umgehen, das hat man in der Vergangenheit auch gemacht und das macht man generell einfach, indem man sagt Media und dann Screen, weil wir wollen ein Media Query für unseren Screen erstellen und AND minus Max und hier WITH und sagen wir mal 200 Pixel. Das heißt, wir sagen, wenn unser Screen kleiner ist als 200 Pixel, dann sagen wir, wir wollen unsere Font-Size einfach auf ein REM definieren. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und kleiner ziehe, dann springt es irgendwann einfach auf ein REM und wird dann auch nicht mehr kleiner. Wir können hier auch sagen, keine Ahnung, 3 REM als minimale Größe, speichern das Ganze ab und ich ziehe es kleiner und dann bleibt es irgendwann einfach so stehen und bewegt sich quasi nur noch mit. Das funktioniert wunderbar und das kann man natürlich auch in das Klammern Gegenteil beziehen und zwar sage ich irgendwann zum Beispiel ab 400 Pixel ist die obere Grenze 5 REM. Wenn ich das jetzt abspeichere und größer ziehe, dann seht ihr, springt es irgendwann auf eine fixe Größe und nur dieser kleine Zwischenteil hier ist dynamisch. Das ist natürlich hier 5-Zeilen-Code und wenn man das für x Schriften, Überschriften, Elemente in seinem Projekt hat, kann man sich vorstellen, dass diese 5 Zeilen dupliziert auf verschiedene Elemente eures Projektes ganz schön viel Code sind und wir können mit Clamp komplett darauf verzichten. Aber wie genau kann ich das jetzt ersetzen? Ich habe natürlich auch eine Font Size, also wir brauchen natürlich eine Schriftgröße und wir können jetzt aber einfach sagen, in unserem Fall Clamp und definieren uns jetzt eine minimale Größe. Gerade hatten wir 3 REM, das lassen wir mal drin und wir haben hier eine maximale Größe, sagen wir auch mal 5 REM. Hierzwischen definieren wir uns jetzt aber einfach 15 Views und in dem Moment haben wir jetzt eine Größe definiert und ich kann das Ganze hier einfach kleiner ziehen, es wird dynamisch kleiner und irgendwann bleibt es so klein. Was heißt, unsere minimale und maximale Größe funktioniert mit einer einzigen Zeile, ohne dass wir nur ein Media Quircle schreiben mussten und ich denke, das ist unbeschreibbar, dass diese Zeile deutlich übersichtlicher ist. Natürlich kann man das nicht nur auf Schriften anwenden, sondern wir können das auch auf HTML-Elemente oder Animationen anwenden. Daher gucken wir uns jetzt mal an, wie das Ganze mit Animationen funktioniert. Ein weiteres sehr praktisches Feature ist, wie gesagt, die Abbildung von Animationen. Hierfür erzeugen wir uns jetzt einfach mal einen Div-Container mit einer Klasse, nenne ich einfach mal Animate und hier kopieren wir uns jetzt die Klasse, gehen hier in unsere CSS-Datei und sagen hier, wir haben eine Weite von 10 REM, eine Höhe von 5 REM, haben hier noch abgerundete Ecken mit Border-Radius, 2 REM und eine Background-Color, in unserem Fall von CI-Red. Das Ganze speichere ich ab und wir haben hier jetzt einen kleinen Kasten in unserem CSS generiert und können jetzt hingehen und definieren uns eine Animation. Das machen wir ganz einfach über Keyframes und können jetzt hier sagen, wir haben einen Identifier. In diesem Fall sage ich einfach Move, das ist der Name unserer Animation und habe hier Transform, Doppelpunkt, Translate, 0,0, also wir animieren von 0,0 zu, sagen wir einfach mal hier, 50 Pixel. Und das Ganze müssen wir jetzt natürlich oben auf unser Element noch aufrufen, was heißt, wir sagen hier Animate, Animation, so, sagen Move, sagen 250 Millisekunden ist die Dauer, sagen hier Infinite und Alternate, sodass das Ganze unendlich läuft und erst hin und dann wieder zurück und jetzt haben wir hier so einen kleinen Bounce. Wenn ich das Ganze jetzt natürlich hier kleiner ziehe beispielsweise, bleibt dieser Bounce immer bei 50 Pixel, aber vielleicht habe ich einen größeren Bounce definiert von 200 Pixel. Und hier sehen wir, dass diese Animation jetzt in einem kleineren Layout nicht mehr so richtig gut funktioniert, weil wir außerhalb des Screens springen. Man könnte jetzt natürlich auch wieder mit Media Queries hier drin diese Zahl beeinflussen, Wir könnten aber genauso gut hier drin einfach die Clamp-Funktion verwenden und sagen 15 Pixel ist unser Minimum, dann sagen wir 25 View-Height ist unser dynamisches Maximum und wir sagen hier 150 ist quasi unser allgemeines Maximum. Und in dem Moment, wenn ich kleiner werde, sinkt unsere Clamp-Funktion mit und selbst bei kleinen Layouts ist unsere Animation da, aber in einer abgeschwächten Form. Und das macht vor allem Animationscode, der generell relativ umfangreich ist, deutlich übersichtlicher, wie ihr seht, und man kann es wunderbar einsetzen. Man kann das sogar noch ein bisschen verbessern, indem man das hier rauskopiert, wenn ihr beispielsweise mit einem Preprocessor arbeitet oder in eurem Projekt CSS-Variable in Einsatz, könnte man hier sagen Size und definiert sich hier oben einfach Size als Clamp und kann dann quasi das Ganze noch viel übersichtlicher gestalten, ohne dass man hier mega lange Verkettungen in seiner Animationsfunktion einsetzen muss. So, das letzte Beispiel, was wir uns angucken, ist die Gestaltung von ganzen Layouts, und zwar zum Beispiel einer Sidebar. Dazu definiere ich hier ein neues Element, das nennt sich Aside. Das ist einfach das HTML-Element für eine Sidebar. Das speichere ich jetzt ab, sage hier Aside, definiere hier mit Position Fixed, dass sie immer mitscrollt, sage zum Beispiel Top, Left und Bottom 0, definiere außerdem eine Höhe von 100%, eine Hintergrundfarbe, sagen wir mal CI Blue, und zusätzlich definiere ich eine Weite, Width von 300 Pixel. Das Ganze speichere ich jetzt ab und habe hier eine große blaue Fläche an der Seite, und wenn ich das kleiner mache, bleibt die immer gleich groß. Das heißt, wenn hier zum Beispiel ein Menü drin wäre, hätte ich kein Problem damit, das zu gestalten. Allerdings, wenn es halt in dem mobilen Bereich geht, ist das vielleicht auch zu groß. Und ich müsste jetzt hier auch wieder mit Media Queries klein arbeiten oder sowas sagen wie 30%, um das Ganze zu positionieren, aber so ist es halt auch ein bisschen blöd, weil wir keinen minimalen Wert haben, an dem wir uns orientieren können. Das Ganze können wir natürlich auch wunderbar durch die Clamp-Funktion lösen, wie auch die anderen Male, sagen wir hier einfach Clamp, sagen 5rem ist unsere minimale Größe, sagen 45viewwist ist unsere dynamische Größe und 45rem ist das Maximum. In dem Moment haben wir jetzt eine Sidebar, die sich komplett mit verändert, aber ab einer gewissen Größe, zum Beispiel hier halt 5rem, nicht mehr kleiner wird. Wir könnten uns also daran orientieren und zum Beispiel ein Media Query hinterlegen, der genau, wenn wir das erreichen, 5rem, dass in dem Moment hier drin einfach gesagt wird, okay, wir haben hier einfach nur Icons, keine Menüpunkte mehr. Damit kann man ganze Layouts komplett dynamisch gestalten mit minimalen und maximalen Werten, sodass auch, wenn man das Ganze zum Beispiel auf einem Widescreen Monitor öffnet, die Sidebar nicht unendlich groß wird. Und damit kann man sich auch, wie bei den anderen Beispielen, jede Menge Media Queries sparen, ohne dass man sein Code extrem kompliziert gestalten muss. So, das war's wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, findet ihr dort jede Menge Social Media-Labswerke, wo ihr mich erreichen könnt, aber auch Amazon Affiliate und andere Partnerseiten. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß.